Deine Brustwirbelsäule fühlt sich einfach nicht gut und irgendwie blockiert an? Mit welcher einfachen Übung du das reparieren kannst, zeige ich dir jetzt. Ich zeige dir gleich eine sehr, sehr wirkungsvolle Übung. Vorher sei kurz erklärt, wenn du eine Blockade lösen willst, dann darf natürlich nicht die Spannung des Grauens in deinem Rücken drin sein. Deshalb macht es durchaus Sinn, vor der Übung, die ich gleich zeige, noch ein bisschen Vorbereitung zu machen. Was zum Beispiel sehr, sehr viel Sinn macht, ist einmal zu hängen. Wenn du eine Stange hast und eine Ringe hast, dann hängst du dort. Ansonsten kannst du auch einfach mal in die Tür gehen und deiner Wirbelsäule mal eine Auszeit von der Schwerkraft geben. Ansonsten empfehle ich dir noch die Übung Pretzel Arms, wo wir hier den oberen Rücken schön aufdehnen. Die werde ich hier oben in der Infokarte verlinken. Und der letzte Trick ist, Blockaden lösen sich oft am besten am Abend, wenn du so ein bisschen aus diesem Alltagsstress-Tonus draußen bist, vielleicht ein bisschen auf der Couch gechillt hast, dann funktioniert es besonders gut. Also probiere es mal aus, diese Übung am Abend zu machen, bevor du ins Bett gehst. So, jetzt zur Übung selbst. Ich sitze hier gerade auf unserem Bestseller-Paleo-Chair in Kieselgrau, Variante Mini. Du kannst einfach auf dem Stuhl sitzen und wir machen es jetzt mal einfach, du überkreuzt einfach so ein bisschen die Beine, musst jetzt also nicht in den Schneidersitz. So, für den Übungsaufbau brauchst du schon eine gewisse Mobilität. Ich zeige dir jetzt, wie es perfekterweise aussieht. Wenn das nicht geht, gibt es eine Alternative. Und ich zeige jetzt nur eine Seite und zwar mit der, die Seite, wo ich erstmal meinen linken Arm ausstrecke und dann meinen rechten Arm in die Ellbogenbeuge hineinlege. Und ich möchte idealerweise mit meinem rechten Ellbogen die Ellbogenbeuge des linken gerade so ein bisschen kreuzen. Dann führe ich meine linke Handfläche zum Gesicht und die rechte dahinter. Jetzt kommt der Teil, wo ein paar vielleicht raus sind. Und jetzt drehe ich meine linke Hand nach vorne und greife, hier umfasse ich hier das Handgelenk. Ja, das kann sein, dass du ein bisschen Mühe hast reinzukommen, aber du kommst trotzdem rein. Dann mach es so, wenn du null Chance siehst, dein Handgelenk zu greifen, dann hab dich einfach selber lieb, umfasse deine Schultern, deine Schulterblätter, soweit du kannst und zieh die ein bisschen auseinander und mach es auf der Basis. Ich mache es jetzt so, wie gezeigt. Jetzt ist unser Atem wichtig. Mit der Einatmung kommen wir in die Vorbeuge. Also nicht in der Hüfte nach vorne abknicken, sondern bitte in der Mitte des Rückens. Atme über die Nase und ausatmend richtest du dich wieder auf. Ich atme in den oberen Rücken hinein, ich ziehe die Schulterblätter voneinander weg. Tiefe einatmen. Ausatmend wieder aufrichten. Das machst du einige Male. Vier, fünf, sechs Mal, solange es dir gut tut. Dann, nächster Einatm. Du bleibst unten. Und jetzt ausatmend versuchen wir eine Blockade zu lösen oder zwei oder drei gehen wir in die Seitenneigung nach links. Das heißt, ich spanne links die Muskulatur an und rechts komme ich in die Dehnung. Ziehe mein rechtes Schulterblatt hoch, das linke nach unten, ganz wichtig. Einatmen Mitte. Ausatmen, andere Seite. Rechte Seite kurz machen, linke lange, rechte Schulterblatt. Tief weg vom Ohr, linke Schulter hoch. Nochmal Mitte. Tief einatmen. Nochmal Seite 1. Dehnen, dehnen, dehnen. Ein Mitte. Aus, andere Seite. Ein, wieder zurück zur Mitte. Ausatmen, aufrichten. Position auflösen. Und dann machst du das Ganze nochmal mit der anderen Seite. Ich bin sehr gespannt, ob du was freispielen konntest. Wenn ja, schreib es doch mir und der Community. Gib gerne ein Däumchen nach oben. Wenn du grundsätzlich Rückenthemen hast, die nicht aufhören wollen und du einen Rundumschlag haben willst, dann verlinke ich dir unten in den Kommentaren unser Rückenprogramm. Hier auch nochmal oben in der Infokarte. Da kannst du dann sechs Wochen mal den Rücken komplett auf Vordermann bringen. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.